Ja, bienvenidos a la República Dominicana. Herzlich Willkommen in die Dominikanische Republik, hier gerade auf der Ferienmesse Wien. Ein Besuch wert, auf jeden Fall. Die Dominikanische Republik ist sehr facettenreich. Man sieht anhand unseres Standes hier in der Halle A, man kann Golf spielen. Wir wurden jetzt von den Golf Awards wieder als Destination des Jahres gekürt für Karibik. Genauso gut auch Honeymoon, Hochzeitsreisen. Familien finden hier auch ihr Paradies. Wirklich Singles, Paare, groß und klein. Also es gibt keine Grenzen. Es ist eine ganzjährige Aszination mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ganz neu, jetzt gerade in der Saison Januar bis März, haben wir die Buckelwale Samana, wo die Bacardi-Werbung gedreht worden ist. Die Halbinsel, ein Muss für Individualliebhaber, Naturliebhaber. Und wir haben sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnisse und unterschiedliche Hotelprodukte von vier, fünf Sterne All-Inclusive-Hotels, aber auch Luxushotels, Boutique-Hotels, sogar Öko-Loges mit Nachhaltigkeit, Auszeichnung. Ja, so kommen Sie einfach gerne. Auch Surfer sind willkommen und wirklich Aktivurlauber. Es ist eine Insel, die eine Menge zu bieten hat, wie man sieht. Neben den Stränden, die überall sehr schön sind. Also wir freuen uns auf Ihren, euren Besuch und bis bald in der Dominikanischen Republik. Ja, wir sind hier das Tourist Board, also Tourismusbüro der Dominikanischen Republik. Und alle, die uns jetzt hier auf der Ferienmesse nicht treffen können, können uns natürlich in Frankfurt am Main erreichen und auch auf unserer Website www.godominicanrepublic.com.